So im heutigen Video schauen wir uns nochmal den unendlich hohen Potentialtopf an. Im letzten Video haben wir die zeitunabhängige Schrödinger Gleichung, das ist diese Differentialgleichung, für dieses Potential gelöst. Das ist überall unendlich, nur in einem Bereich zwischen x ist gleich 0 und x ist gleich L ist dieses Potential 0. Das bezeichnet man als den unendlichen Potentialtopf. Für dieses Potential haben wir die zeitunabhängige Schrödinger Gleichung gelöst und die Ergebnisse, die sehen so aus. Das hier, das sind die Wellenfunktionen und das sind die Energien der Wellenfunktionen. Die erste neue Wellenfunktionen, die habe ich mal hier oben aufgezeichnet. Das ist die Wellenfunktion für n ist gleich 1, das ist die Wellenfunktion für n ist gleich 2, das ist die Wellenfunktion für n ist gleich 3. Das geht hier natürlich noch weiter mit n ist gleich 4, 5 und so weiter. Und im heutigen Video wollen wir diese Ergebnisse interpretieren. Wir wollen zwei ganz wichtige Fragen beantworten. Zuerst mal, welche Bedeutung haben denn diese Wellenfunktionen und was können wir mit denen anfangen. Und die zweite Frage, die ist folgende. Und zwar kann ja dieses Teilchen irgendeine Wellenfunktion haben. Das muss nicht genau eine dieser Wellenfunktionen sein, sondern die kann wirklich irgendwie aussehen. Solange sie eben diese Randbedingungen erfüllt, dass sie hier und hier 0 ist. Und die Frage ist, wie wird sich diese Wellenfunktion mit der Zeit entwickeln? Wenn die Wellenfunktion zu einem Zeitpunkt so aussieht, wie wird sie zu einem späteren Zeitpunkt ausschauen? Genau die Frage wollen wir beantworten. Und dafür werden wir diese Wellenfunktionen brauchen. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Was macht diese Wellenfunktionen besonders gegenüber irgendwelchen anderen Wellenfunktionen? Um das zu sehen, würde ich dir empfehlen, mein Video zur zeitunabhängigen Schrödinger Gleichung anzuschauen. In diesem Video haben wir aus der zeitabhängigen Schrödinger Gleichung die zeitunabhängige Hergeleiter. Ich fasse das Video ganz kurz zusammen. Das Ziel ist es, diese zeitabhängige Schrödinger Gleichung zu lösen. Aber man kann das Ganze vereinfachen, sodass man eigentlich nur noch diese Gleichung hier lösen muss. Das haben wir gemacht für dieses Potential und das sind die Lösungen. Und jetzt können wir uns aus diesen Lösungen die Lösungen der zeitabhängigen Schrödinger Gleichung berechnen. Und diese Lösungen, die sehen folgendermaßen aus. Die Lösungen der zeitabhängigen Schrödinger Gleichung sind die Lösungen der zeitunabhängigen Schrödinger Gleichung mal einem zeitabhängigen Faktor e hoch minus e, das ist die imaginäre Einheit, en, das ist diese Energie, der Zeit d dividiert durch h quer. Also so kann man sich aus den Lösungen der zeitunabhängigen Schrödinger Gleichung die Lösungen der zeitabhängigen konstruieren. Und diese Lösungen, die haben jetzt eine besondere Eigenschaft. Wir bezeichnen diese Zustände als sogenannte stationäre Zustände. Weil die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieses Teilchens, die ändert sich nicht mit der Zeit. Die Wellenfunktion, die ist offensichtlich von der Zeit abhängig, aber nicht das Betragsquadrat der Wellenfunktion, also die Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Das kann man ganz einfach sehen. Berechnen wir mal das Betragsquadrat von dieser Wellenfunktion. Das heißt, wir müssen von dieser Funktion hier das Betragsquadrat berechnen. Weil wir hier eine Multiplikation haben, können wir das Ganze vereinfachen zum Betragsquadrat des ersten Faktors mal den Betragsquadrat des zweiten Faktors. Das kann man machen. Dann kommen wir genau zu diesem Ausdruck, der hier oben steht. Und hier ist jetzt das Betragsquadrat des zweiten Faktors gleich 1. Das sieht man folgendermaßen. Und zwar sieht hier eine komplexe Zahl in dieser Exponentialschreibweise allgemein folgendermaßen aus. Das ist r mal e hoch i mal irgendeinem Winkel. Der Betrag von so einer komplexen Zahl, der ist gleich r. Und r ist in unserem Fall 1. Das heißt, der Betrag von dieser komplexen Zahl, der ist 1. 1 zum Quadrat ist wieder 1. Das heißt, dieser ganze Ausdruck, der ist 1. Und den können wir ganz einfach wegstreichen. Und jetzt siehst du, dass dieses Betragsquadrat der zeitabhängigen Wellenfunktion nicht mehr von der Zeit abhängt. Das heißt, die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für unser Teilchen, die bleiben immer konstant. Die verändern sich nicht mehr in der Zeit. Und deswegen bezeichnen wir diese Lösungen als stationäre Zustände. Also das würde schon mal die erste Frage beantworten, was so besonders an diesen Zuständen ist. Du wirst aber sehen, dass wir die auch später nochmal brauchen werden. Und zwar wollen wir jetzt die zweite Frage beantworten. Wie wird sich irgendeine Wellenfunktion mit der Zeit verändern? Und bevor wir das beantworten können, müssen wir zwei wichtige Eigenschaften klären. Zu einmal eine Eigenschaft dieser zeitabhängigen Schrödinger Gleichung. Wenn wir zwei Funktionen haben, die Lösungen dieser zeitabhängigen Schrödinger Gleichung sind, dann ist die Summe dieser beiden Funktionen auch eine Lösung dieser zeitabhängigen Schrödinger Gleichung. Das kann man ziemlich einfach überprüfen. Das möchte ich jetzt aber mal überspringen. Die zweite Eigenschaft ist folgende. Und zwar kann jede Funktion f als eine unendliche Linearkombination von diesen Wellenfunktionen hier geschrieben werden. Diese Funktion f, die muss die zwei Randbedingungen erfüllen, dass sie bei x ist gleich 0 und bei x ist gleich l 0 ist. Aber ansonsten kann diese Funktion irgendwie ausschauen und sie kann immer als eine Linearkombination von diesen Funktionen geschrieben werden. Sozusagen wir können uns jede andere Wellenfunktion aus diesen Wellenfunktionen aufbauen. Deswegen sind diese Wellenfunktionen auch extrem wichtig. Schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Sagen wir mal, wir haben eine Wellenfunktion zum Zeitpunkt 0, die so aussieht. Das ist offensichtlich kein stationärer Zustand. Und wir wollen wissen, wie wird sich diese Wellenfunktion mit der Zeit verändern. Das heißt, wie sieht diese Wellenfunktion zum Zeitpunkt d aus. Zeichnen wir mal diese Wellenfunktion schnell auf. Wir haben hier eine quadratische Gleichung mit den Nullstellen x ist gleich 0 und x ist gleich l. Das heißt, das hier sind die beiden Nullstellen, so wie wir es auch haben müssen aufgrund von den Randbedingungen. Und das ist eine quadratische Funktion. Wir haben hier x mal minus x. Das heißt, diese quadratische Funktion, die ist nach unten offen. Diese Funktion sieht ungefähr so aus. Und wir wollen jetzt wissen, wie verändert sich diese Wellenfunktion mit der Zeit. Und dazu bauen wir uns diese Wellenfunktion, so wie hier unten, aus diesen stationären Lösungen auf. Und um das zu schaffen, müssen wir hier bei dieser unendlichen Linearkombination diese Koeffizienten cn bestimmen. Für diese Koeffizienten gibt es folgende Formel. Der Koeffizient cn ist das Integral von minusunendlich bis plusunendlich. Von dieser Wellenfunktion, komplex konjugiert, das bedeutet dieses Sternchen hier, mal diese Wellenfunktion. Das ist diese Wellenfunktion hier. Wie man auf diese Formel kommt, das möchte ich in diesem Video mal überspringen. Die Idee bei dieser Herleitung ist so ähnlich wie bei Fourier rein. Auf jeden Fall müssen wir jetzt dieses Integral hier lösen. Wir müssen diese Funktion hier einsetzen und diese Funktion hier einsetzen. Das ist ein ziemlich nerviges Integral, weil man hier ein paar Mal partiell integrieren muss. Man hat hier nämlich ein x mal sinx. Das heißt ein paar Mal partiell integrieren. Und dann zum Schluss kommt man auf dieses Ergebnis hier. Dieser Koeffizient cn, der ist 0, wenn dieses n hier gerade ist. Und 8 mal der Wurzel aus 15, dividiert durch n mal b hoch 3, wenn n ungerade ist. Das bedeutet, wir können jetzt diese unendliche Linearkombination anschreiben. Ich schreibe mal die ersten Terme auf. Die sehen ungefähr so aus. Die sehen ungefähr so aus. Diese Wellenfunktion, das ist diese Wellenfunktion hier, ist 0,99 mal dieser ersten Wellenfunktion plus 0,04 mal der dritten Wellenfunktion plus 0,08 mal der fünften Wellenfunktion. Und das geht natürlich unendlich so weiter. Ein interessanter Punkt hier ist, dass diese Wellenfunktion hauptsächlich aus der Wellenfunktion Psi1 besteht. Das sollte logisch sein, weil diese Wellenfunktion und die Wellenfunktion Psi1, die sehen sich sehr ähnlich. Deswegen besteht sie hauptsächlich aus dieser Wellenfunktion Psi1. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Wir haben es jetzt geschafft, dass wir diese Wellenfunktion zum Zeitpunkt DSG0 als Linearkombination von diesen stationären Zuständen schreiben. Wir wissen nicht, wie sich diese Wellenfunktion mit der Zeit verändert, aber wir wissen, wie sich diese Wellenfunktion mit der Zeit verändert. Da kommt hier hinten einfach dieser Faktor e hoch minus i e t dividiert durch h dazu. Genau das gleiche machen wir jetzt. Wir multiplizieren hier hinten diesen Faktor dazu und dann wissen wir, wie diese Wellenfunktion zum Zeitpunkt d aussieht. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Wir können noch die Formel für die Koeffizienten für diese stationäre Wellenfunktion und für diese Energie hier einsetzen und dann sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt die Wellenfunktion Psi zum Zeitpunkt d. Die sieht so aus. Das sieht extrem kompliziert aus, aber so ist es normal. Und das ist kein stationärer Zustand mehr. Das Betragsquadrat von dieser Wellenfunktion, das wird sich mit der Zeit ändern. Und so könnten wir das im Allgemeinen mit allen Wellenfunktionen machen. Wir müssen es nur schaffen, dass wir diese Wellenfunktion zum Zeitpunkt 0 aus diesen Zuständen her aufbauen. Von denen wissen wir, wie sie sich mit der Zeit verändern und daraus können wir dann herausfinden, wie sich diese Wellenfunktion mit der Zeit verändert. Einen letzten Punkt möchte ich jetzt noch ansprechen und zwar, welche Energie hat jetzt dieser Zustand? Das ist eine ziemlich interessante Frage, weil bei diesen Zuständen, bei diesen stationären Zuständen, bei denen wissen wir genau, welche Energie sie haben. Dieser Zustand, der ist jetzt eine sogenannte Superposition von diesen, beziehungsweise diesen Zuständen. Also welche Energie würden wir bei diesem Zustand messen? Und da können wir jetzt wieder nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Und zwar, diese Koeffizienten, die verraten uns etwas darüber, wie wahrscheinlich wir eine bestimmte Energie messen. Das hier, das ist ja der Koeffizient c1. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Energie e1 messen, das ist die Energie von diesem Zustand hier, das ist, diese Wahrscheinlichkeit ist das Betragsquadrat vom Koeffizienten c1. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Energie e3 messen, das ist die Energie von diesem Zustand hier, ist das Betragsquadrat vom Koeffizienten c3. Das heißt also, wenn wir die Energie messen, kommen trotzdem nur diese Energien E1, E2, E3 usw. heraus, aber wir können eben nicht mehr voraussagen, welche Energie genau herauskommen wird. Wir können eben nur diese Wahrscheinlichkeiten angeben. Und damit haben wir jetzt den unendlichen Potentialtopf ziemlich fertig durchgerechnet. Wir haben zum Schluss auch nur ein Beispiel gesehen, wie sich Wellenfunktionen verhalten, die keine stationären Zustände sind. Falls du dir jetzt noch weitere Videos zur modernen Physik anschauen willst, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, jetzt noch unten in der Videobeschreibung.